hallo und herzlich willkommen zur 34 folge von let's play minecraft schön dass ihr wieder dabei seid herzlich willkommen wir haben ja in dieser aufnahmesession angefangen mit einem shader pack zu spielen wenn euch das gefällt lasst doch gerne eine positive bewertung da und abonniert unseren kanal und ihr werdet über alle neuesten neuerungen und so weiter und fort immer kostenlos informiert werden dass es das tolle daran ist ist einfach komplett kostenlos so jetzt ach so ist schon abgebaut ernsthaft dass mir das aber auch keiner sagt ne hier 1 2 3 4 5 6 7 8 nein acht shit wollten ja noch diese folge wird ein bisschen kürzer als die anderen 1 2 3 4 5 6 die folge wird ein bisschen kürzer als die anderen weil es sehr spät ist es wirklich sehr spät ich bin ziemlich müde aber ich wollte sie noch machen 1 2 3 4 5 6 8 ich wollte sie noch unbedingt machen noch unbedingt fertigstellen ich wollte mich vor allen dingen auch hier unbedingt nochmal um die farm beziehungsweise beziehungsweise um die essensbeschaffung die nicht fleischliche essensbeschaffung sozusagen kümmern und da haben wir uns hier so ein kleines system ausgedacht ich finde das ist eigentlich ganz cool ganz begeistert von diesen von dieser slap geschichte hier bin ich noch nicht aber gut werden sehen wohin das führt wir werden sehen ob das am ende funktional ist oder nicht eine sache ist tatsächlich doch ein bisschen ärgerlich aus der letzten folge wer sie noch nicht gesehen hat schaut sie euch unbedingt an ziemlich coole sache im nether da ist einiges schief gelaufen kann so viel sagen ich bin gestorben und das ärgerliche ist die ganzen knochen blöcke die habe ich doch noch im der truhe im im vorraum liegen oder meine schon es ist tatsächlich keine schlechte sache weil dann könnte ich die nämlich jetzt gleich direkt mal holen glaube das sollte ich vielleicht tun nein auch komm schon doch das tue ich jetzt direkt mal noch ein blöcke aus dem vorraum holen für das gesamte für das ganze knochenmehl keine schlechte idee wie gesagt die folge wird heute ein bisschen kürzer werden also 20 Minuten werde ich heute ich muss noch ein blöck das ist doch schon mal sehr cool der 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 aufs auch für die lex soll ja auch so ist gerade ein encoder fps von 20 war aber ging nicht anders das geht mal loswerden hier den seetank mal loswerden eisenhacke ich glaube ich muss auch tatsächlich ich muss da ja auch mal licht anbringen ich glaube für das licht würde ich ganz gerne glowstone nehmen und den hier mit einarbeiten das fände ich glaube ich ganz cool grundsätzlich jetzt bestellen wir das feld hier noch beziehungsweise machen das hier noch einmal fertig ernten das feld da drüben ab das hier gute ist es fällt halt nichts mehr rüber na halt wirklich gut so und das abgeerntet fahren wieder rüber aber die sonne ist noch gar nicht mehr die steht halt einfach nur extrem tief so nehmen uns die weizenkörner noch mit sammeln ist die weizenkörner hier schon mal ein so wir brauchen insgesamt drei so laufen runde und jetzt schieten wir uns mal so ein bisschen essen also nicht schieten aber wir beschleunigen die sache mal ein bisschen wir haben drei felder a 64 64 kapazität das heißt so ob du bist ein bisschen zu viel sorry so das einmal werde ich machen das ist schon mal das würde schon mal wenn wir alle drei felder aber ernten ergibt das ja nach adam riese wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe insgesamt 64 brot zum beispiel oder 32 neue für spannend wie mathematisch minecraft ist woran das nur liegen kann wie gesagt wir müssen uns einfach mal ich muss mich einfach mal auch darum kümmern dass die sachen die ich anfange dass ich fertig stelle dass ich hier nicht einfach so 95 millionen projekte das macht auch am ende tatsächlich ich glaube dass das ist auch mit eins meiner probleme wenn ich diese 95 millionen projekte hier dann irgendwie ja weiß ich nicht total unreflektiert und 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 so einfach so liegen lasse weißt du dann 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 hast du ja auch nicht mehr so die lust ne weil du du kommst wieder auf die welt drauf und siehst hier ist alles hier ist nichts fertig und alles 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 doof und weiß nicht so richtig was ihr jetzt tun sollst und alles alles doof in dem fall das weiß glaube ich auch keine so kluge idee besser so wachsen lassen wie verbraucht das doch ziemlich viel noch mehr also okay aber wir brauchen ja essen also insofern ist das schon legitim wenn sie schon machen schon machen wenn man mal essen braucht kann man schon machen haben wir jetzt irgendwas vergessen hier da vorne fehlt noch was hier fehlt noch was so das knochenmehl wieder weg packen das hier einmal ist abernten dann gleich neu aufstellen dann würde ich fast sagen nutzen wir die gewonnenen die gewonnenen das gewonnene weizen nutzen wir hälftig zur herstellung von brot also zu zehn brote müssten dann da rauskommen ja lass uns doch mal zehn lassen uns mal zehn brote machen genau das sind mal zehn brote wo ist jetzt wenn ich mein boot hin da vorne das ist mal zehn brote machen so genauso mal 1 2 3 5 6 7 8 9 in den brot sehr gut ja viel essen auch wieder im nether verloren und die restlichen verfüttern wir an die so guten abend hallo kommen alle her ich jetzt mal was zu essen so es wird ein bisschen voll hier ist kriegt ja war das hin oder denke ich auch ja sehr gut puh wird laut so baby kühe incoming das ist doch schon mal sehr gut so aus den restlichen können wir auch wieder brote machen hervorragend dann haben wir noch einen übrig den legen wir da rein so das system hier vorne löst ja aber nicht unser problem für wasser melonen oder so weil ich glaube auch nicht dass das ein problem darstellt ich glaube das ist definitiv alles lösbar lieber 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 golem ist wirklich nett aber würdest du mich vielleicht nicht weg schubsen das wäre cool danke so ja wirklich cool so haben wir eigentlich schon eine tour mit essen oder so ne ich meine nicht meine nicht so jetzt können wir hier hinten noch mal das hier noch mal richtig machen karotten auch mal ernten wir haben ja schweine haben wir ja noch gar keine wäre natürlich auch doch hier bitte das hier oja karotten und kartoffeln können wir da hinten in diesem system natürlich jetzt auch dann schon mal so langsam anbauen und rote beete da sind rote beete sammeln weiß ich noch nicht verstanden ab wofür wir rote beete brauchen wenn ihr das wisst schreibt es gerne einmal in die kommentare wofür braucht man bitte rote beete also jetzt mal ehrlich haben wir jetzt eine essenskiste hier oder nicht ja doch haben wir wohl immerhin habe ich da von vornherein nicht drauf gekommen das sind doch noch brot das beschwere ich mich eigentlich naja hauptsache erstmal meckern wasser affinität kann ich damit tauchen ne kann ich kein tauchhelm ne das hat das ist auch eine andere verzauberung meine ich shit wie hießen die noch ich weiß es schon gar nicht mehr goldhelm wieder weg der ist möglicherweise wertvoll so der ofen läuft nicht mehr warum läuft denn nicht mehr weil er nichts mehr hat womit er brennen ah ja womit er brennen kann das ist etwas was wir ändern müssen dann dafür schauen wir in unsere kelbfarm unsere seetangfarm die ich immer noch ziemlich hart feier wo es mich richtig hart ärgert das war das beim also hier wäre natürlich massiv oh shit hier wäre es massiv ärgerlich wenn da was passiert ganz klar aber es ärgert mich einfach massig dass wir dass die aufnahme dazu schief gelaufen ist naja jetzt die mal da rein bitte und die können von mir aus dann da rein wir können hier vorne noch mal hin so ja schade hätte ja klappen können dass da jetzt noch was dass wir das noch sehen können aber gut wir werden wahrscheinlich wenn wir am lager bauen werden wir das noch zuhauf sehen so und hier ist es sehr schade dass ich da oben doch tatsächlich noch ein ein Holzblock vergessen habe ach man ist das ärgerlich so zack hier das funktioniert jetzt aber wieder der Ofen der tut es jetzt wieder das können wir die Kupfer können wir mal rausnehmen das können wir hier wieder rein sortieren sehr gut sehr sehr gut die Äpfel sortieren wir jetzt dann auch hier rein hier oben das ganze muss natürlich auch noch entsprechend weiter gebaut ja eigentlich wäre das also ich baue doch die erste was ist denn jetzt ich baue noch die erste Etage und dann liegt aber auch ein Schlussstrich und setzt da das Dach drauf überlege ob es nicht cool wäre ein Ziegeldach zu nehmen dafür brauchen wir aber ganz viel Ton das könnte tatsächlich ein Problem werden auf der anderen Seite sieht das bestimmt cool aus Ton findet man ja zum Beispiel hier so in Wassernähe und wir haben viel Wasser hier in der Nähe und ich habe einfach die Hoffnung dass wir halt so viel Ton finden können dass das ausreicht also ihr wisst was ich meine klar natürlich natürlich habe ich die Hoffnung dass wir so was erzähle ich eigentlich für ein Quatsch aber es ist halt auch wieder es ist halt einfach ultra spät es tut mir unglaublich leid ähm sollte aufhören so spät Aufnahmen zu machen führt nicht dazu dass die Qualität meiner meines Gehirngulaschs besser wird so jetzt muss ich aber auch nochmal überlegen wie geht das mit dem Ton nochmal musste man den nicht auch brennen oder so aus dem Ton da musste man das nicht brennen ich bin mir gerade nicht sicher nochmal hier rein noch ein Block Ton nee das musste man auch brennen gut das heißt wir legen das Ganze auch hier oben rein richtig da müssen ja Tonziegel rauskommen ne und genau so jetzt gehe ich schlafen und damit verabschiede ich mich für von euch für heute von euch schön dass ihr dabei gewesen seid ich hoffe euch hat das Video gefallen ich hoffe euch hat die Aufnahmesession gefallen wenn dem so ist lasst gerne ein Like ein Abo und ein Kommentar den Ton den lege ich da jetzt auch noch rein das mit dem Abo das funktioniert jetzt wie immer ganz einfach mit dem Button der oben rechts im Video eingeblendet wird und wenn ihr ein weiteres Video von unserem Kanal sehen wollt dann drückt doch auf den Button der unten rechts eingeblendet wird ich will euch noch einmal ganz kurz schauen was hier rauskommt da müsst ihr dann Ziegel rauskommen schön dass ihr dabei gewesen seid bis zur nächsten Folge ciao ciao